hallo leute willkommen bei den ls news der woche dies sind die news von der woche vom 16 9 bis 22 9 2023 und in dieser woche kam das oxbo pack raus mit vier geräten die sich bis zu acht geräten umkonfigurieren lassen ja es gab einen schicken trailer von giants den ich euch hier nicht vorenthalten will natürlich mit schmackiger musik im original und ich habe das aus copyright gründen ohne musik ein weinberg multifunktionsgerät das sich in drei geräte umwandeln lässt und eben hatten wir auch schon die mist und gülle streue da kommen sie noch mal an angerannt wollte ich gerade sagen anmarschiert passt auch nicht in etwas größeres und etwas kleineres die sich jeweils als gülle oder mist fahrzeug konfigurieren lassen und den band schwader werden sie bestimmt auch noch mal bringen das oxbo pack da habe ich schon extra video zu gemacht und viele haben dazu extra videos gemacht ist teil vom season pass und man kann es auch extra kaufen und das war es auch schon mit den offiziellen news kommen wir zu dem motto was sich da in dieser woche getan hat und das war viel zumindest wenn man die karten betrachtet es gab sieben neue karten so viel habe ich glaube ich noch nie in einer woche gesehen kann sein dass ich das da mal was übersehen habe aber ich denke mal das ist auf jeden fall rekordverdächtig sieben neue karten in einer woche zuerst fing es ganz harmlos an und jetzt auf den letzten drücke am freitag oder nie war das gestern schon auf jeden fall ein riesen schwung kam noch fünf auf einmal hier da sieht man sie alle die gucken wir uns alle noch ein bisschen genauer an und mehrere deutsche karten darunter hier gibt es ein sieht eigentlich relativ harmlos aus eine reaper 2000 erntemaschine das ist ähnlich wie der kolossus auch ein realistisches riesengerät also auch in der art wie man tat ist aber als erntemaschine sehr interessant werfen wir genaueren blick drauf hier so ein paar lustige fahrzeuge und updates gab es natürlich auch und zwar nicht zu knapp und alle möglichen sound brief abs für andere modder und hier da ist dann das expo pack auch noch mit drin und hier gab es noch eine polnische karte und eine karte die sich energie park nennt und weitere fahrzeuge und hier geht es dann irgendwo auch schon in die in die letzte woche über da ist dann nichts spektakuläres mehr gekommen jo gucken wir doch einfach mal hier auf die karten für die energie park karte braucht man sechs pflicht mods die ist nur für pc und mac mir ist nicht so ganz klar warum also warum die nur für pc und mac ist steht hier nicht so zu sagen aber gut ist halt so und was schreibt der modder es ist vom modder austro modding gemeinschaft und die schreiben willkommen auf der energie park bewirtschafte ein hof in einer beliebten bayerischen region warum das ding energie park heißt geht hier aus der beschreibung nicht so klar hervor aber man sieht relativ viele windräder hier die felder sind zum zum teil rechteckig zum teil asymmetrisch wirkt aber relativ sagen wir mal natürlich die feldform diese asymmetrischen felder sind ja manchmal so dass man denkt da hat einer mit gewalt das asymmetrisch gemacht nur damit es asymmetrisch ist und das hier sieht jetzt mehr so aus wie natürlich gewachsen wie das auch in echt ist und da man sieht schon ein bisschen energie park jo da arbeitet einer mit miststreuer jo dann gibt es hier eine polnische map und das ist eine die in real nachbau ist und zwar basierend auf dem gebiet der woit woitschaft niederschlesien aus der ortschaft piskowitsche ich hoffe ich habe das so halbwegs richtig ausgesprochen wahrscheinlich eher nicht und ich finde das sieht irgendwie ja sehr stimmungsvoll aus hat was also irgendwie ich meine da sieht man nichts besonderes man guckt aus dem wald raus auf leicht hügelige wiesen aber mich spricht das sofort an irgendwie das wirkt wirkt auf mich ansprechend sagen wir mal so da würde ich schon irgendwie lust kriegen die man anzuspielen hier diese pda ist nicht sehr aussagekräftig weil man hat die ganzen felder nicht sieht man muss die felder heutzutage auch nicht mehr sichtbar einzeichnen beim kartenbau die werden dann vom spiel gezeigt aber ja ist halt nicht sehr aussagekräftig wenn man das so sieht und hier wirkt schon irgendwie realistisch das ist glaube ich auch typisch für diese real nachbauen die sehen eben oft auch sehr sehr echt aus man hat so das gefühl man ist da wie im echten leben auf vielen finde ich persönlich aber ist es dann unbequem zu spielen bald oft wege zu eng sind oder sonst was ob das auf der jetzt auch der fall ist habe ich keine ahnung aber die gefällt mir so die bilder finde ich gut gelungen ja dann gibt es die domaine de laurie von uncle sly habe ich hier geguckt ist für auch nur für pc und mac das ist eventuell wegen dem multiterrain dürfte es eigentlich nicht sein steht nichts wegen boden bodenwinkel das ist oft was was eine karten für nur für pc einschränkt ja also warum die hier nur für pc und mac ist weiß ich auch nicht die hier ist jetzt aber für alle plattform von uncle sly und das ist eine kleine karte die einfach erstellt und entworfen wurde mit vier pflicht mods und hier auf der pda die ist so ein bisschen sieht aus wie gemalt und ark kontrast schwach aber man kann so ungefähr die feldformen erahnen so schwerpunkt mehr auf unregelmäßigen feldern würde ich sagen hier das sieht aus wie ein dorf und insgesamt finde ich sieht es sehr malerisch aus und stimmungsvolle farben hat er dafür die bilder genommen hier die burg aus obel ron ich meine obel ron die gebäude bieten sich für französische karten ja wirklich an jo dann haben wir die kärnten karte von black pad modding auch für alle plattformen und die map ist aus meiner heimat österreich in klammer kärnten schreibt der modder und man findet 115 felder in klammer wiesen zwölf forstgebiete die sich in große bis kleine abschnitte abteilen und ein malerisches dorf mit einem bauernmarkt und so weiter und so fort man braucht eine ganze menge pflicht mods es sind neun jo das hier sieht schon sehr malerisch aus finde ich sehr viele felder asymmetrisch ja komm ja kuhstall geht auch um die ecke ja rum aber so idyllische sanft geschwungene hügel das gefällt mir doch recht gut und dann haben wir hier noch süd schwarzwald wir werden hier also so richtig ja reich beschenkt mit karten willkommen am rande des süd schwarzwald auf 700 höhenmeter und er schreibt meine erste karte im ls ist ein grober nachbau meines heimatdorfes samt umgebung jo ist nur für pc und mac und ist von modder albi und das ist offenbar seine erste karte hat er sich auch ordentlich was vorgenommen drei höfe gibt's und man braucht irgendwie den mod class dominator 108 sonst fehlt der mähtrescher beim händler ich meine das wäre ja nicht so schlimm und hier steht mehr bodenwinkel und ich nehme mal an dass es vielleicht an den mehr bodenwinkeln liegt dass die karte nur für pc und mac ist ein anderer grund könnte ja immer vierfach karte sein aber davon steht hier nichts dabei aber mehr bodenwinkel sind irgendwie typisch für pc und mac ja mit dem ehrengrad hintergrund und da sieht man schon auch das wirkt schon so von der feld aufteilung und so wie so ein realen nachbau so sieht es auch oft aus wenn man sich so google maps anguckt oder so ganz schön steil ganz schön steil aber es ist im süd schwarzwald auch ganz schön steil hier ist es weniger steil finde ich schon sehr schön malerisch jo es geht noch weiter jetzt kommt noch die good times farm auch nur für pc und mac von carl dg und mal gucken ob ich rausfinde warum die nur für pc und mac ist das verstehe ich hier nicht und als herausragendes merkmal beschreibt er seine karte mit detaillierte pda karte ok das ist die pda karte jo das sagt natürlich nicht sehr viel aus über die map wenn die pda karte detailliert ist aber das hier ich finde das sagt ziemlich viel aus das sieht echt cool aus der wald sehr naturgetreu finde ich und hier auf der karte kriegt man schon den eindruck die ist schwerpunktmäßig eine forstkarte und habt aber wie viele felder 51 felder vielleicht ist es eine vierfach map weil das scheint mir für 51 felder ist zu viel wald da irgendwie man sieht ja die felder leider nicht auf der detaillierten pda karte aber da mehr als die hälfte wald zu sein scheint zumindest hat man so den eindruck könnte es vielleicht eine vierfach karte sein jo hier geht es ordentlich den berg rauf jo und dann last but not least die frühling 2k 23 heißt bestimmt sowas wie 2023 k ist ja steht ja auch für 1000 von kalle für alle plattformen und manch einer mag sich fragen wieso frühling die hatten wir doch schon ja frühling gab es schon ziemlich am anfang vom ls und dies hier ist wohl eine so starke überarbeitung der karte dass man das nicht mehr als update machen konnte sondern das sinnvoller schien das als neue karte raus zu bringen besonders neu scheint zu sein der hofladen und ich glaube die erdbeermarmeladen produktion ist auch neu hier steht leider nicht was im vergleich zum alten frühling geändert ist und ja also hier haben wir keine ausgiebige liste der hof hier ist weiterhin der hessische hof vom berni scs es ist weiterhin eine kleine karte hier so das wesentliche ist ähnlich geblieben es soll wohl auch ein feldmeer geben das dorf soll sehr stark verändert worden sein und die jeweiligen industriegebiete ich glaube im Norden und Süden waren die sind reduziert worden das ist zumindest meine bisherige info zu der sache und ich dachte mir ich werde da mal einen kleinen streifzug zu machen einfach nur mal ein bisschen drüber fliegen und den hofladen angucken und eventuell werde ich die auch mal anspielen im live stream nur um da mal rein zu schnuppern weil ich bin schon gespannt was hat er da neu gemacht die frühling war ja der sagen wir mal der totale hype in den anfangszeiten vom ls 22 und jetzt ist die bestimmt noch viel schöner geworden weil er hatte ja zeit da noch dran zu arbeiten darum gucken wir uns das mal an und das ist hier der rieper 2000 und zwar der grundpreis sind nur ich habe 10.500 gelesen und sagte super ist ja schön billig nein 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 510.000 also der kosten halbe millionen ist es wahrscheinlich auch wert also es gibt unzählige konfigurationsmöglichkeiten und interessant ist wohl die motor konfigurationen 800 ps ich kürze das mal ab 1500 ps oder 2000 ps kostet dann jedes mal ein bisschen was drauf und ein standard fassungsvermögen gibt es also man kann aber das fassungsvermögen bis zu eine millionen 500 tausend litern hoch konfigurieren also man kann sich das ding zu einem richtigen biest hoch konfigurieren und dadurch steht er natürlich in direkter konkurrenz zu der kolossus linie und ja ich würde sagen interessant der grimm rieper mit dem so der grimm rieper ist ja der der tod das englische begriff für tod und damit spielt der hier und hat aber übersehen dass grimme geräte eigentlich immer schwarz sind da als case aber auch mit einem grimm rieper drauf irgendwie er hat auch geschrieben rieper abziehbilder wurden von hand gezeichnet und für die verwendung von meiner tochter gespendet also die tochter hat diese grimm rieper decals gemacht und man kann den in allen möglichen farben konfigurieren und hier auch mit extremen extremen arbeitsbreiten ich sollte noch mal die geschwindigkeit checken denn der kolossus kann ja irgendwie auch rasend schnell arbeiten davon steht hier nichts so soll man vielleicht mal ausprobieren die beiden ok das war's zu dem motto überblick und jetzt schauen wir noch an was ich geschafft habe ich war auch super fleißig habe hier einen riesen garten gemacht der 20 mal so produktiv ist wie der normale garten der vorteil davon ist vor allem man muss sich nicht 20 gärten hinstellen und kommt nicht so schnell an das produktions limit denn man kann ja nicht beliebig viele produktionen auf einer karte stehen haben und dann kann man sich hier diesen riesen garten nehmen und produzieren wie hölle und der kommt auf die vier felden karte zweimal drauf auf zwei getrennte grundstücke und ich werde auch meinen garten mod damit upgraden aber erst wenn die karte draußen ist also das mache ich dann im nachhinein dann kommt auch noch eine mittelgroße version dazu und natürlich die kleine version vom garten mod bleibt natürlich logischerweise das hier kommt dazu dann habe ich an den höfen gearbeitet das hier ist ein teil anblick von hof 2 mit einem pferdestall und das ist die amerikanische variante von dem hof 2 und das ist hof 3 da muss ich die amerikanische variante noch machen da thront das farmhaus auf so einem halb runden podest sozusagen und ja ich habe zwar viel geschafft aber es hat länger gedauert als geplant und vor allem auch das mit dem garten hat deutlich länger gedauert als geplant und mir ist bewusst geworden ich werde die karte nicht bis ende september mod hab reif kriegen es wird mindestens eine woche länger dauern vielleicht sogar noch länger weil ich habe noch eine riesen liste was getan werden muss und ich muss ja auch noch den hof 3 fertig machen und hof 4 auch noch und dann gibt es noch eine riesen liste abzuarbeiten ich plane aber für ende des monat auf jeden fall noch mal eine neue version raus zu bringen die dann natürlich deutlich weiter ist als die bisherige alpha version und euch würde ich bitten mir keine weiteren wünsche mehr zu schreiben denn ich habe sowieso schon zu viel zu tun was noch zu machen ist und da würde ich nur ganz kirre werden wenn ich noch mehr wünsche reinkriegen würde würde mich freuen wenn ihr da euch zurückhalten könnt ok gut das war's mit den news für diese woche ich wünsche noch einen wunderschönen tag vielen dank fürs zuschauen und alles gute bis zum nächsten mal tschüss